Hallo, ich bin's wieder. Heute ist ein guter Tag. Heute bin ich auf Normalstation gekommen, hab das Zimmer gewechselt. Ich bin jetzt auf Zimmer 3, schönes Zwei-Bett-Zimmer. Ich teile das jetzt mit einem netten Mann. Ich war heute noch beim Röntgen. Ja, Fußball ist gerade, ne? 1-0 nur. 2-0 schon. Oh, oh, oh. Upsala. Ganz wichtig, die ganze Station läuft nämlich nur Fußball hier. Sehr wichtig. Ja, Schatzi ist dann heute um 3 Uhr gefahren. Da muss sie heute nach Köln. Danach hab ich dann so ein bisschen endlich mal Ruhe gehabt auch. Genieße ich jetzt auch gerade mal. Bin schon ganz viel über die Station getippelt. Wir waren heute auch draußen das erste Mal in der frischen Luft. Na gut, wenn die Raucher nicht gewesen wären, wäre es ein bisschen schöner gewesen. Aber, dann kann ich alles haben, ne? Aber die nächsten Tage werde ich ja wahrscheinlich weiter tippeln können. Dann geh ich immer ein bisschen über den Parkplatz. Da hab ich ein bisschen mehr frische Luft. So, morgen kommt da Mutter. Da freue ich mich auch schon drauf. Und meine Schwester. Dann werden wir mal unten ein bisschen schön uns gemütlich hinsetzen. Ein bisschen quatschen. Und vielleicht kommt ja morgen auch noch die Drainage raus. Das wäre natürlich super. Jetzt hab ich da gerade irgendwie so ein Teil dran, was mir das Ding, die Luft selber noch rauszieht. Weil das von alleine wohl nicht mehr so abgelaufen ist. Aber ich hab Hoffnung, dass das morgen geht. Und dann bin ich endlich frei wie ein Vogel. Und dann kann ich mal wissen, was ich will. Ohne dieses Teil. Ja, ansonsten Antibiosen laufen gerade noch. Und dann werde ich gleich Heier machen. Und alles andere werden wir morgen sehen. Und vielleicht, wenn ich Glück hab, kann ich morgen Abend eine Pizza essen. Aber da muss ich erst einmal fragen. Weil morgen Abend ist auf Zimmer 10 nämlich Party angesagt. Fußball gucken und Pizza fressen. So. Alles Weitere besprechen wir dann morgen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.